Und jetzt hockt er sich da hin und macht sich's gemütlich. Ich glaub's ja nicht. Ähm. Hallo, wer bist du? Ich tu dir nix. Tu mir nix. Nein, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich tu dir nix. Alles gut. Solang du mir nix tust, ist alles gut. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich bleib auf Abstand. Okay. Tanz-Yoga. Ey. Was für eine komische Frau. Hallo. Wohl. Und. Fallen lassen. Okay. Danke. Lass dich dich nicht von der Frau ablenken. Wir haben hier eine Mission. Ich weiß noch nicht welche. Also doch, ich weiß ungefähr was. Ja, wir müssen irgendwen finden. Und die kommt schon wieder. Wenn es ein nettes Girl ist. Die kommt wieder. Und es wird dunkel. Na gut. Wenn es dunkel ist, würde ich auch nicht arbeiten wollen. Den Wunschinn. Oh, du bist durstig. Ich hab Hunger. Möchte trinken? Das wäre halt natürlich optimal, ne? Ich mach nichts. Ich möchte nur. Ja. Reis. Genau. Ich geh nur hier was trinken. Du tust mir nix. Ich tu dir nix. Calvin arbeitet. So soll es sein. Frühstück. Captain Crunch. Möchte. So. Und dann haben wir noch. Härtchen Riegel. Den hauen wir uns rein. Lecker. So. Okay. Dann. Folge mir. Komm mal mit. Okay. Ich wollte einfach nur aufnehmen. Danke. Okay. Calvin. Hol. Stemme. Und. Fallen lassen. Okay. Ja. Dein Ohr. Komm. Ich helfe auch mit. Ähm. Alles gut. Hi. Hab doch keine Angst. Wie gesagt. Du tust mir nix. Ich tu dir nix. Nicht so wie die anderen. Zwei kleinen. Ich meinte dann so. Hey. Ich schaue dich an. Und dann so. Hau ich dir mal. Okay. Das legen wir mal kurz aus der Hand. Hallo. Okay. 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 Nach Möglichkeit am besten davor fallen. Das wäre super. Warum fällt das Ding jetzt? Äh. Calvin? Hat du Glück gehabt. Irgendwie Ohrenschmerzen. Aber schau mal. Er trägt das für uns weg. Das heißt wir fällen das. Und er trägt es runter. Das ist doch super. Nein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber gut. will ich den jetzt fällen oder will ich den? Okay. Der war jung. Das sind noch nicht mal viele Stücke. Muss man mal schauen. Können mit denen irgendwas Sinnvolles bestimmt bauen. Genau. Du holst mal Stämme. Ich schaue, dass das Haus fertig wird. Danke. Wir sind ein gutes Team. Ich erschieße mich selber mit Stöcken. Gell. Wenn da oben liegt die Arbeit. Das da hinten. Das kann ich gerade noch holen. Das ist ja ein großer Junge. Ich kann laufen. Nice. Oh. Hast du mal was hingelegt? Nice. Danke. So. Alles musst du selber machen. Hast du schon Leute dabei? Dir ist so irgendwie helft. Na, weil sie am Boden liegen und immer. Aber, aber, aber. Aber. Nice. Alter. Kannst du mal was tun? Hol. Stämme. Und. Fallen lassen. Sie läuft da hinten durchs Wasser. Der gefällt's. Na gut. Okay. Stöcke habe ich. Kannst du nicht nur mehr tragen? Eigentlich den da. Danke. Okay. Wenn du was. Ist auch ausgebildete. Ja. Spezialagent. Navy Steel. Whatever wir sind. Ich habe keine Ahnung. Aber. Tu was. Ansonsten boah ich dir einfach mal durch deine zwei Löcher im Kopf. In der Hoffnung, dass das mal ein bisschen durchlüftet wird hier. Irgendwie fällt das immer von mir weg. Ja. Immer von mir weg. Okay. Wenn ich hier stehe, müsste es eigentlich nach vorne fallen. Sofern. Die Axt es schafft. Da durchzuschlagen. Achtung, Calvin. Alter, ist der verrückt. Da läuft er einfach durch. Ne, schau. So läuft es doch. Das brauchst du mir dann auch nicht irgendwie bringen oder so. Weil, schau. Das läuft von selber. Physik. Nice. Da hinten liegt noch was. Das da hinten. Das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Sieht super geil aus. Aber erst, wenn das hier steht. Danke. Langsam wird es ja. Aber jetzt noch. Dreiviertelstimme. Danke. Ich möchte euch irgendwas machen. Außen wie ich damit. Kann man so einen Tisch oder so eine Strandbade ausbauen. Hauptsache, das liegt nicht im Weg rum. Na, schau. Doch. Alter. Was soll ich mit dem ganzen Minimüll? Ich hab' keine Ahnung. Hier. So. Okay. So, wie war das B, ne? B für Buch. Oh, Plattform. Batch. B aus Stöcker. Okay. 16 Stöcke und ein Klebeband. Aber wir hatten doch vorhin sowas wie Lagerfeuer. Immer das X. Lagerfeuer. Stock nehmen. Zerbrechen. Feuerzeug anzünden. Okay. Und da war noch irgendwas. Ah. Ah. Wir können doch Steine drum rumlegen. Okay. Das ist gut. Dann, zeig mal her. Stock. Hm. Machen wir uns hier einen kleinen Place. Und. Knick. Knick. Machen wir an. Nice. Ich habe Feuer gemacht. So. Und wo war das mit den Steinen? Ah. Okay. Nice. So gefällt mir das. Das habe ich schon mal schneller gesehen, Calvin. Also nicht von dir, aber. Das habe ich schon mal schneller gesehen. Was ist sie eigentlich hier? Besser, er bringt die Dinge einzeln. Und ich immer so zwei. Ich habe mich beinahe in mein Lagerfeuer gestellt. Aber es sieht schon geil aus mit den Steinen außen rum. Ein bisschen. Ein bisschen realistic. Also nach unten kann ich abkürzen. Und nach oben? Ah. Geht auch. Alter. Bis du das Zeug gebracht hast. Dann habe ich das Haus schon längst gebaut. So. Und bauen es auch noch irgendwie so einen Minitisch oder was zu sein soll. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr aufgeholt? So. Wir brauchen noch sieben. Sieben von diesen Stämmen. Dann brauchen wir noch Bretter. Das heißt, wir halbieren. Oh. Okay. Das war das letzte erst mal. Und jetzt hockt er sich da hin. Und macht es sich gemütlich. Ich glaube es ja nicht. Meie, meie, meie. Na gut. Einer muss es ja machen. So. Danke. Einer muss ja arbeiten. Also bin es ich. Das ist schon schön, ne? Vorsicht, Lady. Hier regnet es Baumstämme. Ach so. Jetzt habe ich was zu tun. Jetzt. Jetzt tue ich mal was. Okay. Ist das ein fauler Kobold? Ich soll für ihn das Zeug fällen und er schleppt es dann rum. Aber im Endeffekt. Gut, er ist nicht. Nice. Nice. Wird schon langsam. So. Dann haben wir Nummer 4. Die waren ja mal halbiert. Nice. So. Na komm. Wolle mal das Ding her. Okay. 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 Ich habe ein paar Stimme dahin gelegt, ne? Ich mache jetzt mal Pause. Du arme Buh. Ich meine, ja, er ist verletzt und so weiter, ne? Aber, ey, ich bin auch mit dem Helikopter abgeschützt. Habe mir auch, keine Ahnung, den linken Fußnagel verdreht. Na, ich bin ja trotzdem am Schuften. Schon ein fauler Hund. Lässt sich schon gut gehen. So, schlagen wir mal so ein bisschen rein, genau. Ah, hau durch. Die Kondition leidet schon echt gut darin, ne? Okay. Vorsicht, es regnet hier Stämme. Heute in der Witte, woher sagt ihr mittelschwerer Stämmeregen mit Tendenz zu schlöckern. So. Lady. Alles gut bei dir? Ja. Die läuft da unten rum. Da fliegen da die Stämme. Ist dir egal. Mir auch. Solange du irgendwie vielleicht nicht da reinläufst, ist alles Toddi. Da guck dir mal den König an hier. So. Also im Endeffekt habe ich das Ding alleine gebaut. Okay. Okay. Nice. So. Was mache ich mit dem Restlichen? Kann man hier irgendwas machen? Da-dam-da-dam. Okay. Mit dem Schädel und dem Tuch. Nice. Nice. Zaun. Einfacher Boden. Kommt dir eine Wand. Tür. Ich weiß gar nicht. Und auf der anderen Seite. Gibt es da irgendwas? So. Möbel. 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 Lagerung. Stocklager. Steinlager. Stammlager. So. Nice. Guck mal her. Halt. 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 Stämme. Und. Behälter füllen. Do it. Okay. Und ich hole nochmal einen zweiten, würde ich sagen. Ich glaube, da gehen nicht ganz so viele rein. Und hier waren doch mal ganz viele Stöcke. Schon dies war drin? Sorry. Das war was. Dachte ich ja los gehört. Okay. Guck mal hier ein bisschen sauber. Wir sind rauskehren. Blätter. Ja. Dachte ich mir doch, dass hier irgendwas versteckt liegt. Und je mehr hier ein bisschen aufgeräumt ist, umso eher sehe ich, wenn es sich irgendwie anschleichen will. Der eine oder andere hier scheint ein bisschen frischer schlecht drauf zu sein. Du kannst nicht noch mehr Stöcke tragen. ok aber ich habe einen stocklager habe ich gesehen von daher das wird anscheinend echt schnäffel sondern noch eins kommt alles kann damit der anbischen was tut er hoch wo waren die jetzt regnet es klingt mir so ich weiß man sollte jungbäume jetzt eigentlich nicht fällen aus sie hätten irgendwas ist jetzt leicht not so gut da geht es um die sicherheit und mein leben ist mir doch wichtig wir können schon wieder voll holen wir uns mal so ein stück gelage glaube das wäre ganz praktisch lagerung stocklager weiß so dann kommen wir hier nicht schon gerade ich bin ein super jäger aber hier in mögen vorbeikommen schmeckt nach fleisch und fleisch ist gut mit c legt man ab ok nein das wollte ich nicht du kannst es anscheinend umlegen umstellen das ding falls es dir da nicht mehr gefällt ok das ist praktisch du hast hunger hier habe ich gemerkt ok gut ich bin super jäger wird einmal wo ist meine steinschleiter da ist sie so hi hast du mir gewonnen du darfst ruhig landen ok keine ahnung wie man das entspannt das ding aber so ein fauler sack so das nennt man auch mein kollege gut wir machen es uns jetzt hier gemütlich und in der nächsten folge schauen wir uns das ding da hinten an und war ja hier auch auf der map angeteasert dieser ausrufezeichen da und in der zwischenzeit versuche ich dann vielleicht auch noch die ein oder andere möbel zu erwischen und wir brauchen brauchen wir eigentlich ein bett oder wenn wir hier schlafen oder liegt ein stück holz drum haben wir immer brauchen achtung helven ok wir brauchen noch einen schlafplatz gut den bei euch und wir sehen uns in der nächsten folge dankeschön fürs reinschauen wenn es dir gefallen hat denkt dran gerne kommentar da lassen gerne abo da lassen gerne die glocke aktivieren wäre super nice und hier ich danke dir ciao ciao Bis zum nächsten Mal.